Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Economy Ja nachts ist es ein bisschen schwer hier irgendwie Dinge zu erkennen Hat der Typ eigentlich keine Helmlampe, das wäre mal eine tolle Idee Ja wir sind dabei hier einen Story Quest zu machen, wo wir ordentlich extra Kohle bekommen, damit wir uns das nächste Fahrzeug freischalten können Wir haben jetzt die Nacht auch gesehen, ich würde sagen wir spielen dann demnächst weiter wieder bei Tageslicht Es ist echt ein bisschen anstrengend Also ich will jetzt nicht hier rumheulen, aber ich finde das für euch als Zuschauer wahrscheinlich auch ein bisschen nervig So Weil ihr auch nicht seht, was ich mache Ja und dann haben wir Dann haben wir wieder die Möglichkeit uns ein neues Fahrzeug zu kaufen Und haben dann vier Fahrzeuge Die wir mit Mitarbeitern bestücken können Und eins, was wir selber nutzen Wobei ich da mal gespannt bin, was ist der Unterschied zwischen dem kleinen Mini-LKW-Fahrzeug und dem großen Und wir haben auch schon wieder 200 Zufriedenheit gesammelt Ja Mensch Geht doch So, noch ihn wegstellen Und dann gibt es hier Katsching Bling, bling, bling Die Einwohner lieben dann aber Okay So Jetzt mal der Reihe nach Als erstes brauchen wir einen neuen LKW Nein Erstmal gucken wir, welchen wir fahren können Also wir können fahren Den Kleinen Gehölzpflege-LKW Wir haben den großen freigeschaltet Das heißt, den müssen wir uns erstmal kaufen, damit wir nicht durcheinander kommen So, Fahrzeuge Äh Na guck mal, was es hier noch alles gibt So Kleiner Gehölzpflege-LKW Äh, das ist der gleiche wie der kleine, nur in groß Ui Aua, ja Gut, das haben wir Und dann können wir freischalten Du wirst langsam berühmt und die Menschen lieben einfach deine Gärtnerfähigkeit Das sollten wir eigentlich fast machen Weil dadurch bekommen wir halt Für die Aufgaben, die wir ohnehin machen wollen Für die Sachen, die wir ohnehin machen wollen Warum geht das nicht? Okay Für die Sachen, die wir ohnehin machen wollen Kriegen wir dann nochmal ein bisschen mehr Zufriedenheit oder mehr Geld Ich würde sagen Wa Moment Viermal erweitern 210 zufrieden 211 habe ich Achso, das Geld fehlt mir jetzt Äh Okay Aber das Geld, da kommen wir jetzt schnell ran Denn Jetzt machen wir mal, dass unsere Mitarbeiter fertig werden Und es wieder Tag wird So War das schon genug Geld? Ne, ne Das weiß ich noch nicht 3000, ja Dann geben wir mal neue Aufgaben raus Jetzt machen wir nur eine Hunde Aufgaben Also Müll Angestellter Müll Bestätigen Plastik Angestellter Plastik Bestätigen Papier Angestellter Papier Bestätigen Rasenmähen Angestellter Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Kleinen und dem Großen? Hm Werden wir ausprobieren So Sind die alle unterwegs? Jetzt machen wir mal schnell, dass es hier Tag wird Ist das jetzt schon wieder Nacht geworden? Und ihr seht, wir müssen selber arbeiten, weil Die Kohle, die wir reinbekommen Die Das reicht nicht Wir müssen selber arbeiten Sonst haben wir ein Problem Job erfüllt Die Zusammenhalt zwischen dir und der Stadt ist fantastisch Die Bürger sind sehr zufrieden mit deinem Dienstag und deinem Geschäft Deshalb Hat die Stadt Der Stadtrat entschieden, dir einen neuen Vertrag anzubieten Das bedeutet, du kannst Und auf neue Jobs in einem neuen Bezirk zurückgreifen Geh zum Vertragsmenü und wähle Einen der fünf Bezirke Allstatt von Bezirk Verwende die gesammelten Einwohner zu Beginnheitspunkte, um den Vertrag freizuschalten Und gib dein Bestes, alle Aufgaben zu erfüllen Die Bürger zählen auf dich Ja, Bilanz ist negativ Das ist das Problem Eieiei, wir müssen also selber Trotzdem schicken wir jetzt erstmal nochmal die Mitarbeiter raus Also erstmal hier nochmal Mit dem kleinen Ach du lieber Gott Wir gehen ja wirklich pleite Das sollte aber meiner Meinung nach auch nicht sein Also, dass man die Aufgaben macht Und dann Sich das quasi gar nicht rechnet Könnten wir das denn skillen? Auf jeden Fall will ich, dass es wieder Tag ist So viel ist mal klar Hä? 14 Uhr? 16 Uhr Also wenn die zwei Jobs am Tag machen, dann Geht das vielleicht Aber so ist wenigstens eine So eine angenehme Arbeits Dings So kann man glaube ich ganz gut arbeiten Bei der Helligkeit So, hier sehen wir es auch Einkommen aus Aufgaben 23.000, 4.000 Gebäudewartung Kreditrückzahlung Vielleicht können wir den Kredit zurückzahlen Aber das Naja So Wir wollen mit dem großen Fahrzeug mal raus Was ist denn hier mit Storyquests Aufgaben? Achso, die müssen wir noch abgeben Moment Wo steht denn die Truller? Steht doch hier um die Ecke Weil dann würde ich nämlich sagen Dann testen wir jetzt auch mal den großen LKW Damit Wir da auch wissen, wie das aussieht Ich komme Und 1 Und 2 Und 3 Und 4 Ja, wink Nur Ich hab hier schon gesehen Du giltst 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 Du giltst Okay Inzwischen als Experte für Recycling Weil Das ist total komisch Gerade das Wort zu lesen Aber ja Ist ja Deine Hilfe wird sowohl von der Polizei Als auch vom Stadtrat geschätzt Plus 10 Zufriedenheit 2000 Euro Mhm Wir könnten jetzt einen neuen Stadtteil kaufen Aber das wollen wir ja nicht Ähm Gut Sonderquests Plastik und Straßenreinigen können wir nicht Verstopfte Rohreinigen können wir auch nicht Das heißt, wir nehmen einfach mal jetzt einen normalen Heckenschneiden machen wir mal Selber Plastik machen wir mit dem Angestellten Müllabholung machen wir mit dem Angestellten Ähm Papierrecycling Und Rasen mähen soll der andere mit dem kleinen LKW So Dann nehmen wir den großen Das bin ich ja mal gespannt Wir haben uns ja beim letzten Mal schon richtig einen abgequält Was ich jetzt nicht geguckt habe Ist wo der Quest war Aber Ähm Das finden wir auch noch aus So Sieht doch sehr 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 hübsch aus So Und wir können auch einen neuen Story Quest annehmen Aber das machen wir dann später So Auch hier merken wir uns jetzt Das hier ist eingefahren Stellung eingefahren Das Schöne an diesem LKW ist wahrscheinlich Dass es mehr reingeht Wird aber wahrscheinlich in der Unterhaltung teurer sein So Wo Wo ist denn jetzt der Quest Wo müssen wir denn jetzt hin überhaupt Dahin Gut Wir müssen also In den anderen Stadtteil Über die Brücke fahren Sehr gut Kriegen wir hin Irgendwie Das ist aber auch nicht ganz schön Das ist auch nicht fest Da vorne diese Halterung Ah Hallo Sie ist kaputt Hallo Das sieht sehr falsch aus Alter Habe ich das Fahrzeug gerade neu Ja Da gucke ich ganz traurig Habe ich das Fahrzeug Kannst du wohl mal gucken Wie du dich schämst hier Gerade neu gekriegt Wir gucken mal Ob sich das resetet Wenn wir da reinspringen Ne Und dann sowas Was machen wir jetzt Ist ein Auto reingekracht Und Hm Ja es ist jetzt aber Ein größeres Problem So Lass uns mal gucken Also wir können Den Arm nicht mehr bewegen Rotieren können wir auch nicht Weil wir können den jetzt so ausfahren Den können wir gar nicht bewegen Hm Eieieieiei Ja was machen wir da Liebe Entwickler Vielleicht kann ich das mit reparieren Oder zurücksetzen Und beheben Fahrzeuge Gehölzpflege Lkw Reparieren Ne Okay Tut sich auch gar nichts Ja und jetzt Stehe ich da Lkw im Eimer Ja da kann ich ruhig Bedroppelt an mir runter gucken Vielleicht resetet sich das ja Wenn man Gespeichert hat Oder geladen hat Zu dem Fahrzeug nochmal hinspringt Aber Ihr seht es schon Ich kann hier nicht In irgendeiner Form Das vernünftig bewegen Auch schade Das ist aber krass Also das kann ja jedem passieren Ne Dass man also irgendwie Ähm Mal In ein Fahrzeug reinfährt Aus Versehen Und dann Äh Ja Nützt ja nix Wir gehen mal zurück Zum Menü In der Hoffnung Dass es vielleicht Es funktioniert Dass wenn wir neu laden Ähm Sich das Ganze zurücksetzt So gucken wir mal eben Was haben wir denn hier schon Wir haben Den paar Also gucken wir mal Von links Nein Von rechts nach links Rechts haben wir das normale Recycling Glaube ich Ne Ne Das ist ein roter Okay Den grünen Recycling Den sehen wir dann Dann kommt der Papier LKW Dann kommt keine Ahnung Dann kommt eventuell in der Mitte Ja der richtige Weiß ich nicht Denn der blaue Das ist wahrscheinlich irgendwas mit Wasser Und Rohrreinigung Ich weiß es nicht Tja Na guck Ist repariert Jetzt müssen wir mal umso besser aufpassen Gut Wir fahren Zur Mäheinsatzstelle Und passen auf Dass wir nicht wieder in ein Auto reinrasen Oder das Auto in uns Weil ansonsten gibt es Sehr sehr merkwürdige Effekte Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher Ob ich jetzt Oben Wo war denn hier Da ist die Map So Wir müssen jetzt glaube ich Hä Ach nach dem Neuladen sind die Aufgaben Die Quests gesättet Na gut In der nächsten Folge Mir immer neue Quests an Und dann schauen wir mal Also bis dahin Besten Dank fürs Zuschauen Und auf Wiedersehen In In